Lass mich raten, es kommt Atletico Madrid. Genau. Und wir können wieder starten mit der Mucke. Okay. 3, 2, 1, los. So. Übrigens, als das nächste Lied ist das zweite oder dritte Lied, was wir ja schon übereinstimmen können. Okay. So, mein Berlin. Nein, das nächste habe ich gemeint. So, mein Berlin. Da könnte sie noch drei Fortsetzungen machen. Na, es gibt doch, es ist Winter in Berlin von ihr. Echt? Mhm. Ja, ein Lied habe ich dir eh mal geschickt, glaube ich, von ihr. Das hat mich so vom Hocker gern. War das sie? Okay. Mhm. Dann ist er nicht hier. Scheiße. Hm? Jetzt habe ich mir das abgewürgt. Okay, wurscht. Ja. Dann ist er nicht so schlecht. Was ist es bei dir? So schlimm? Nein, nein. Ich möchte nur wissen, wie wir jetzt über einstehen. Dann ist jetzt was. Dann läuft. Fällt jetzt das nächste an. Das ist geil irgendwie. Trum. Oh. Jetzt ist Werbung wieder. Du, 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 fang geil aus. Oh, dann noch eine Werbung. Gescheißen. Vielleicht kannst du dann noch mal auch neu starten mit dir. Okay. Ganz gut. Okay, ich starte jetzt. Oh. Jetzt ist er noch ein Widerspringen. Fick dich, ich habe mich wieder. So, jetzt. Boah. Boah. Ich finde einfach genial, dass diese drei das machen. Ja, das ist eine ungute Kombination. Ja. Ich hatte aber gewusst, dass Nana Dele V da mitmacht. Das war so irgendwie unipassend. Findest du? Oder? Also, wie fühlst du doch nicht so? Ja, oh ja. Das ist vom Singeln schon. Aber so von den Charaktern her passt es irgendwie nicht dazu. Ich habe schon jetzt ganz anders. Aber weißt du was? Naja, ich weiß. Ich mag, dass irgendwie die Art wie wie Lana Dele singt. Das ist leicht erotisch angehauchte Sorge. Ich glaube, dass ich von mir sogar ein Solo-Lied drinnen habe. Oh, stark. Haben wir nicht gespielt? Ich habe das mit den ersten Spiel. Boah. Reichelt. Meile Sanis und Adrianer Korn sind wir bei Urgruppen. haben ja sieben gewann das erste spiel im moment das verlor das erste spiel stark starker pass starker aufwärts stark von der back nein stark so sieht zweimal schon hat er eben eine coole aussage gemacht das war schön was dann hat gesagt wir bei rome war war alison seiner satz was der liverpool heute jetzt der erfolgreiches wir zu juventus gekommen ist war bevor seiner satz er kann jetzt oder weltbestes an eigentlich die flügel machen was ich nicht was gleich verlängern sind Was sind denn die Engel? Die Engel, Charlotte? Kannst du nicht? Ja, aber die Engel sind zwar nicht. Achso, so mal zur Schauspielermästik. Äh, jüngere. Die eine ist die von Twilight. Die Hauptbeistellung. Hast du aber wahrscheinlich nicht gesehen? Nein, aber ich glaube, ich war jetzt mal. Eine schwarze ist dabei, das ist Tim Fescher. Dummes, ich kann jetzt nicht nachschauen und umschalten, wenn man das YouTube-Aufgumme hat. Anhängig. Das war's. 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 Oh, my God. Oh, my God. Oh. Oh, my God. 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 Vielen Dank. Der Ende. Na 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 na. Na, 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 na. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ja! A-T-T-T-K-Gemint hier! So! Einmal auf Ja! Sorry, donk!